Moin, herzlich willkommen auf meinem Kanal, die Allrounder. Heute ist mal wieder ein schöner Tag, heute ist ein Dampftag sozusagen. Ich war auf dem 11. Dampftag in Emshorn im Wienmuseum. Es war eine super, super Sache. Klein, aber fein, wollen wir es mal so sagen. Unheimlich viele interessante Sachen gesehen, Dampfmaschinen, aber auch noch ein paar Modellschiffe und es war ein sehr, sehr schöner Tag. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze. Viel Spaß beim Zuschauen und wir sehen uns nachher nochmal. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.